Jetzt mal gerade noch schnell ein Video drehen, solange die Kinder ruhig sind. Das versuche ich jetzt, mal gucken ob es klappt, mit vier Kindern gar nicht leicht, einen Ort und eine Zeit zu finden, wo das möglich ist. Und auch sonst in meinem Leben sind diese Zeiten der Stille eher rar gesät und hart umkämpft. Umso wichtiger, glaube ich, sind sie, und nicht nur für mich, sondern für uns alle, diese Zeiten, wo wir einfach nur sind, zuhören und nichts tun. Ich lade euch ein, mit mir darüber nachzudenken am Sonntag um 11 Uhr in der FEG Bünde. Ich freue mich auf euch.